Eine rauschende Meisterparty wie im Vorjahr wäre ganz nach dem Geschmack von Mike Machula. Und so schlägt der Trainer des ungeschlagenen Tabellenführers SG Flensburg-Hande Witt vor der Rückkehr in den Bundesliga-Alltag nach der sechswöchigen WM-Pause durchaus forsche Töne an. Wenn man mit 0 Minuspunkten ganz oben steht, ist es schwer, sich zu verstecken, sagte Machula der Deutschen Presseagentur. Natürlich wollen wir so lange wie möglich an der Spitze bleiben, 19 Spiele, 19 Siege, 38 zu 0 Punkte, die bisherige Saisonbilanz der Flensburger in der Handball-Bundesliga liest sich eindrucksvoll. Nur der ewige Nord-Rivale THW Kiel, 34 zu 4, kann da einigermaßen mithalten. Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen liegt bereits 7 Zähler zurück. Die SG-Fans träumen daher schon von der ersten Titelverteidigung in der Vereinsgeschichte. Nach der aus Flensburger Sicht überaus erfolgreichen WM geht es zunächst darum, den Wiedereinstieg in den Liga-Alltag bei der HSG Wetzlar an diesem Donnerstag, 19 Uhr, erfolgreich zu bewältigen. Wir müssen den Schalter jetzt wieder umlegen und uns auf das Tagesgeschäft fokussieren. Ich hoffe, dass die Jungs das hinkriegen, sagte Machula. Zweifel daran hat er nicht, meine Spieler strutzen schon seit Wochen nur so vor Selbstvertrauen. Kein Wunder, kehrten doch immerhin 8 SG-Spieler mit einer Medaille von der WM zurück, die denen Lasses waren, Rasmus Lauge, Anders Zag Ariassen und Simon Halt mit Gold, die Norweger Torbjörn Berger-Art, Magnus Jöndl, Magnus Röth und Göran Johannessen mit Silber. Ich bin froh, dass wir so viele Spieler zurückbekommen haben mit positiven Erlebnissen und positiven Emotionen, sagte Machula und fügte hinzu. Wenn 8 Spieler der SG im Finale dabei sind, zeigt das, dass auch wir gute Arbeit machen. Wir haben das mit viel Stolz und Freude erlebt. THW-Fiel will Serie fortsetzen Die WM-Euphorie der Skandinavien-Fraktion soll die Flensburger nun durch den Rest der Saison zum dritten Meistertitel nach 2004 und 2018 tragen. Sie haben richtig Lust auf Handball und neue Ziele. Wir nehmen den Schwung mit und gucken, was am Ende rauskommt, sagte Machula. Die Konkurrenz aus Kiel hofft dagegen auf Ausrutscher des Tabellenführers, der noch die schweren Auswärtshürden beim THW, bei den Rhein-Neckar-Löwen und beim Tabellenvierten SC Magdeburg nehmen muss. Der Rekordmeister von der Förde strutzt nach 15 Bundesliga-Siegen am Stück ebenfalls vor Selbstbewusstsein. Wir wollen diese Serie fortsetzen, sagte Kreisläufer Patrick Wienczek vor der Partie bei Frisch auf Göppingen am Donnerstag. Nach drei durchwachsenen Jahren wäre der 21. Meistertitel das perfekte Abschiedsgeschenk für den im Sommer scheidenden Trainer Alfred Gislason. Öffentlich spricht darüber aber niemand. Die letzten Jahre waren nicht so erfolgreich, von daher fahren wir gut, wenn wir von Spiel zu Spiel denken, mahnte Wienczek. Wenn wir dann am Ende oben stehen, sind wir natürlich glücklich. Bis zum nächsten Mal.